Wie sie das Elegante anzieht, ist genauso toll. Also sie ist variabel bei ihr. Gut, dann bin ich mal ganz gespannt, wie sie aussieht zuvor. Möchten wir noch mal einen Blick zusammen werfen auf unser Vorherbild. Das ist also Hilal, wie sie vorher ausgesehen hat, wie ihre Freundin Jeshim sie kennt. Und jetzt wird sie Augen machen, sie werden staunen, liebe Zuschauer. Bühne frei für Hilal Edebal. Das ist ja nicht zu fassen. Hilal! Wo ist der Laufstich? Hilal, komm her. Es ist ja wirklich unglaublich. Ich drehe mich ein bisschen so ein, dass sich alle sehen können. Oh Mann! Hilal, du siehst perfekt aus. Wie fühlst du dich so? Ja, anders. Wie anders. Ja, besser. Da kommt man bei der Arbeit. Felix hat diese wunderschönen Augen geschminkt und nicht nur die. Da war die Rede von einem metallischen Ton bei den Haaren. Das können wir gleich vielleicht mal ein bisschen zeigen. Scott, wo ist da der metallische Ton? Man sieht ihn so auf den ersten Blick eigentlich gar nicht. Wenn man ihn hier unten sieht. Das ist so eine Blödsinn. Casey ist der Spitzhaber, gell? Ja, ja. Sie hat auch gleich gesagt, sag doch Casey zu mir. Klar mache ich. Ja!